Die Entschlossenheit eines Kämpfers, ich halte Majin Buu auf. Die Z-Kämpfer werden durch Majin Buus erschreckende Stärke dezimiert. Vegeta will Buu im Kampf herausfordern, das erste Mal, dass er für etwas anderes als sein Ego kämpft. Das stimmt. Obwohl, jein. Also als Trunks von Cell getötet wurde, hat Vegeta ja auch aus Rage Cell angegriffen, aufgrund des Verlustes von Trunks. Das heißt bereits. Ich habe ein bisschen Angst, was ich. Ich bin Fushimikaki. Ich liebe dich! Ach, wegen dem, was ich vorhin erwähnt habe, bei Dokan. Also es wird auf jeden Fall demnächst ein Video kommen von Dokan, aber ich denke mal erst nach dem Easy-Air-Release von und Broly. Das müsste jetzt die nächsten paar Tage soweit sein. Bis zum nächsten Mal. Oh. Er hat so wieder regeneriert, der Sack. Oh. 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 Ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.